Und statt 6 haben wir nur 4. Normalerweise wäre die Mission nur für 3 Soldaten. Klingt machbar. Scanne Gebiet. Okay, Dave, da. Davies ist vor allen Dingen auch deswegen wichtig, weil er diesen Raketenwerfen noch mit dabei hat. Eine größere Reichweite vor allen Dingen hat. So, da. Bestätigt, Überwachung läuft. Hat das jemand gehört? Noch keine Gegneransicht. Aber sie marschieren fleißig. Kein Problem, Boss. Feuerschutz. Dave geht hier auf die Ecke. Und los geht's! Dave hat die MP-Granate, okay. Na los, zeigt euch! Du hast hier beräumt, Granate Pavlova. Komm jetzt dahin. Alles klar! Muss ja ein bisschen vorankommen hier. Muss auch ehrlich gestehen, ich bin halt ein bisschen nervös, falls auch der finale Einsatz langsam wird. So, wie roll dahinten. Wird gemacht! Da vorne bewegt sich was. Scanne Gebiet. Da sind sie. In der Andromedon. Der ist nicht so neben. Aber er kommt jetzt. Fein steht noch! Die Wind ist vorbei. Insektoid. Das wäre super, wenn du ihn rausnimmst. Ein 6er Schaden immerhin, ne? Voller Schuss. Wie viele waren das jetzt? Ich muss bald nachladen. Alice packt mal hier vorne. 58% schön flankiert. Boah, Bomben-Treffer. 14 Schaden. Abgeprallt! Komm schon gelaufen. Der Kritschaden war jetzt gerade richtig gut. Sauber. Noch ein Crit. Auch wenn der jetzt nicht mehr so viel gebracht hat, aber... Bestimmungser Abschluss! Jetzt müssen wir noch einmal drauf rollen. Ja, das ist kurz die Zeitlupe. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das sollte jetzt eigentlich kein Problem sein für uns. jetzt schnelle hände erstmal schöner treffer das ist nicht gut 100 prozent sicher 100 prozent raus schöner start schon noch mehr auch munition jetzt erst mal hier auf die ecke und das muss jetzt erst mal noch eine nachladung ich bin recht überwachung läuft und auch noch mal hier sehr schön ich muss schauen wie es jetzt weiter geht niemand in sicht mir entgeht nicht verstanden bewege mich zum ziel ich gebe feuerschutz jetzt komme ich gebe feuerschutz und unsere scharfschützen rente von position bestätigt feinde bewegen sich jetzt müssen wir uns überlegen wohin das ist eine gute ecke für alles kein problem was feuerschutz zeigt euch du bist dahin okay unsere scharfschützen das war ja schon genau da stehen und der rennt davon entdeckung der regung bewegung dass wir gerade mein brett untergefallen das heißt wir müssen das wort ein bisschen weiter vorwärmen jetzt auch lange in so ein gebäude rein habe ich jetzt aber gerade erst mal gar keine luste und das gebäude rein zu gehen deswegen schon unterwegs vorne gerne gebiet pavlova geht auch ein bisschen nach vorne bin unterwegs bin dabei so das getöse kommt ja definitiv von da vorne genug gewartet und der feuerschutz scanne gebiet und du machst das teilschutz na los zeigt euch okay sie kommen nicht dann packen wir jetzt erstmal eagle eye hier vorne hin ich gehe schon mir entgeht nichts bestätigt brücke aus bestätigt überwahrung läuft und los geht's bin dabei ja und eagle eye doch egal sei ich schon bald schalt geht hier hin bin dabei und das ist immer noch nichts in sich das ist doch eigentlich das ist immer noch nicht pavlova verstanden rücker aus scanne gebiet da kommt dave ich muss erstmal gucken das war eagle eye weiter nach vorne bringen nicht dass sie zu weit weg ist ist das auch sicher ich bin dabei ich bin dabei ich bin dabei natürlich die menge an sie energie die durch dieses system gefiltert wird ist unermesslich feuerschutz biete feuerschutz dave springt hier hin pflegen wir endlich los noch ein anderer oder schade daneben nicht gut ok wir treffen mit beide das wäre gut feuerwerk bereit haben wir die rüstung zerschreddert er klont sich mal aus was denn jetzt schöner crit treffer Rüstung hält stand Macht er nichts Er leide schweren Fasen Wer war heftig Evakuierung! Wir brauchen eine Notfallevakuierung! Jetzt! Oh, oh, eines Okay, Waffen sind natürlich Deaktiviert Da gab es natürlich nochmal Klon Ärgerlich Perfekt, du bist anscheinend nicht in den Radius drin Dann einmal die Heilung auf R-List Jetzt neutrann dich Gremlin, heilen! Und dann gleichzeitig die Vitalisierung, die Panikentfernung Jetzt bist du dran! Ansonsten mal Na, was habt ihr dazu? Jetzt hast du natürlich auch Zug, machst du von hier aus bitte vor der Schuss Bin dabei! So, Dave muss hier erstmal raus Das ist noch die Impega-Route, die Hefking-Kodex Wo ist die Klinische-Kodex? Wenn die Klinische-Kodex Also gucken wir uns warum die Döchter schreiben